Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Let's Survive Tomb Raider mit dem Prophet äh, falsche Taste mal sehen wo wir jetzt diese Folge hinkommen inzwischen ist das jetzt eine neue Aufnahme Session also ich hab keinen Plan, ich hab wieder vor ne Woche lang nicht gespielt uah, Tomb Raider hat mit bald in sieben Folgen, wenn ich das richtig interpretiere in Folge 34, äh, hat Tomb Raider einen neuen Begleiter ach, ne mit na, haben wir nicht äh, Schrot ne, keine Schrot ähm nein jetzt sag mal nein alter Tasten-Kombi dankeschön so, nimm mit die Granaten so scheiße äh, wo gehen, wo gehen wir lang, wo gehen wir lang, wo gehen wir lang na, bleibt nur hier lang, ne ups das war nicht geplant, ernsthaft sooo Kopfschuss ups up's jawoll Ich bin wieder voll drin Höh So Nein wirst du nicht Komm wo bist du Da war er Ja 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 beruhigt euch Es gibt genug Kugeln für alle So alle noch schön ausrauben Schön das Bergungsgut mitnehmen Alter Wo ist der Wow Ah! What the fuck? Ah, aufgespießt. Scheiße. Au. Ja, da war ich wohl ein bisschen zu übermütig. Wir sind zu viel, das Guten. Komm, wir müssen jetzt mal langsam zu Sam. Zack. Na. Ach man. Au. What? Scheiß Dynamit. Halt, haben wir vielleicht da oben noch? Ja. Da haben wir den ein oder oh, jeder kann aber gut werfen. Da haben wir den ein oder anderen Fell noch. Na. Oh, Leer. Na, also. Ich glaube, es ist besser. Ei, 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 ei. What? Come. Come. Mann! WTF? 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 Komm! Okay, das wird nichts. Oder so. Was? Also. So. Mist. Ah. Passt. komm wo ist dein Köpfchen? da hmmm als ob ich brenne ich brenne doch schon lange wie wärs wenn du mal brennst mann ah jetzt reicht's ahn ok 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 der ist hinter der deckung das weiß ich sag ich doch noch jemand vorsicht vorsicht hmmm liegt hier noch genau will munition mitnehmen und weiter er ist da unten er sucht freies schussfeld zu kriegen die outsiderin ist da unten btf ich will das licht ausknipsen geht geht nicht wah ok 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 den haben wir da der mit seinem dreckigen geschütz da unten hmmm bt 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 schade das licht kann man nicht ausknipsen bt 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 Letzter Ende hast du dich geschnitten. Ich wollte noch sagen, ich bin nicht nur auf YouTube vertreten, sondern auch auf Twitter und Facebook auf Follower oder Gefällt mir klicken. Je nachdem, der Link ist unten in der verkackten Videobeschreibung, direkt über meinem Freund. Und ja, wenn du das gemacht hast, verpasst du absolut kein Video und ja, schau mal vorbei, gell?